Du bist unglaublich. Ich liebe dich. Ich bin Polizist! Er ist ein Straftäter! Rüberrutschen, verdammt! Gerechtigkeit! Oh mein Gott! Kann es sein, dass er kein Kopf ist? Verdammt, er ist tot! Er ist tot, ja, aber wir haben ihn nicht umgebracht. Guten Tag, ich möchte einen Mord melden, bitte. Wir sind überhaupt nicht die Mörder! Eins, zwei, drei, los! Was? Gibran! Okay, der Mann heißt Gibran. Lauf, Leilani! Und die Frau heißt Leilani. Sie rennt jetzt auch weg. Und die High Heels, die sie anhat, sind wirklich atemberaubend. Wir müssen uns stellen, weil wir beide unschuldig sind. Warum sind sie dann vom Tatort geflucht? Gute Frage, Officer. Ich verdicke mal meine Bodycam und dann verprügel ich sie. Wir müssen den Typen finden, nachdem die Polizei sucht. Dann gehen wir jetzt also dahin und ermitteln in einem Mordfall? Dachtest du, die öffnet sich nur für Männer? Wir brauchen nur den Namen. Und dann sind wir frei. Hey Mann, ist ein Waldchen her? Wer seid ihr? Für wen arbeitest du abgefuckte Sitzsack, Bitch? Ja, träumst du in deinem Sitzsack von deiner Oma, Bitch? Was? Die Typen sind gefährlich. Die will man nicht als Feind haben, okay? Stopp! Das ist ne miese Illuminati-Scheiße. Der Betrüger ist unter uns. Nehmt die Masken ab! Die haben alle noch ihre Masken auf. Ich lass euch die Wahl. Das Fett aus dieser Pfanne oder eine Überraschung hinter der Tür. Was, wenn sie es mir ins Gesicht jettet? Nimm das Fett! Das Fett aus dieser Pfanne! Nein, es war auch ungeladen.